Grün oder weiß? Grün. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Mailand oder Madrid? Madrid. Ich war zwar noch gar nicht in beiden Ländern, aber ich würde sagen Madrid. Cola oder Fanta? Cola. War schon immer der Cola-Typ. Couch oder Party? Ich finde beides gut. Fankurve oder VIP-Bereich? Kommt drauf an, aber Fankurve ist auch manchmal gut. Wasser mit oder ohne Sprudel? Ich trinke tatsächlich eher ohne Sprudel. Instagram oder Snapchat? Ich dann eher doch Instagram, ja. TV oder YouTube? TV gucken. YouTube nicht? YouTube war ich noch nie so der Typ. Ab sofort war ich für TV, ne? Ja. Ja. Natürlich. Meisterschaft oder Pokalsieg? Ja, ich würde gerne beides haben. Assist oder Tor? Beide schön. Gibt auch gerne einen Assist. Messi oder Ronaldo? Ah, ich bin nicht so der Typ. Ähm, beide haben ihre Stärken. Saison oder Urlaub? Beides ist schön. Urlaub tut auch mal sehr gut. Aber Saison ist natürlich dann auch das Highlight. Audi oder Volkswagen? Ja, Volkswagen. Auslaufen oder Fahrradfahren? Auslaufen. Deutsch oder Mathematik? Mathematik. Harry Potter oder Herr der Ringe? Beides nicht. Nee. Favorit sein oder Underdog sein? Ich war tatsächlich jetzt immer der Underdog. Ich weiß nicht, wie es ist als Favorit. Also jetzt gern mal Favorit. City oder Allersee? Ähm, beides. Ich finde den Allersee ganz nett. Joker-Tor oder Startelf? Beides schön. Ähm, boah, Startelf? Ecke oder Freistoß? Freistoß. Kaffee oder Tee? Ähm, einen schönen Cappuccino am Morgen. Film oder Serie? Ähm, Serie schauen. Hast du einen Serientipp für die Fans? Äh, ich glaube, ich habe schon alles so gut wie durchgeschaut. Also ich fand jetzt alles super. Haus des Geldes. Das ist sehr gut. Buch oder Fernsehen? Ah, leider Fernsehen schauen. Pasta oder Sushi? Oh, ähm, bin ein riesen Pasta-Fan, aber ich liebe auch Sushi. Also kommt nach, nach Lust und Laune. Ibiza oder Mallorca? Ich war noch nie in Ibiza, also würde ich jetzt gerne nach Ibiza gehen. Berge oder Strand? Strand. Apple oder Windows? Apple. Managerin oder Trainerin? Managerin. Hund oder Katze? Hund, natürlich. Was ist der? Ja. Wie heißt er? Charlie. Charlie. Und was für einer ist er? Ein Labrador. Oh, schön. Salat oder Steak? Also ein gutes Steak tut gut. Dribbling oder Teckel? Oh, ähm, dribbling. Kino oder Netflix? Ja, in letzter Zeit war ja eher Netflix dran. Gegentor oder Notbremse? Notbremse. Eindeutig. Linkes oder rechtes Twix? Rechts. Auswärts Trikot oder Heimtrikot oder Heimtrikot? Ich hatte das Auswärts Trikot nicht richtig gesehen. Auswärts Trikot. Auswärts Trikot. In der 90. Gegentor verhindern oder Siegtor schießen? Ähm, das Tor schießen. Kopfballtor oder Schusstor? Schusstor. Nusspli oder Nutella? Nutella. Pudding mit Haut oder ohne Haut? Ohne Haut. Eistonne oder Massagebank? Ähm, Massagebank. Massagebank oder Sauna? Massagebank. Lieber 1 zu 0 oder 5 zu 4 gewinnen? Ah, kommt drauf an. 1 zu 0 reicht auch für die Nerven.